Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag. Ja, ich weiss, es ist schon Nachmittag, es geht ins Wochenende. Die Woche war einfach unglaublich heftig und streng, deshalb habe ich gestern knapp noch die Geek Talk News Episode geschafft und heute bringe ich euch noch eine Daily für einen Wochenabschluss und nächste Woche geht es dann wieder in einigermassen normal weiter. Heute am 1.07.2022 hört ihr die Geek Talk Daily 1217. Heute mit den folgenden Themen. Nothing Phone, ZDF, One Password, Google Stadia, Huawei MateBook, Huawei MateView SE und Huawei Freebuds Pro 2. Ich starte gleich mit dem Nothing Phone. Das komische oder schöne oder tolle oder wie auch immer es im Internet überall beschrieben wird. neue Smartphone, das ein Hype erzeugen möchte und das das nächste Apple werden und oder Samsung werden möchte. Ja, davon haben schon viele Firmen geträumt. Mal schauen, ob das das Team um Pi das schaffen wird. Ich bin sehr gespannt. Die erste Version kommt ja Mitte des nächsten Monats vorgestellt in allen Zügen. Vor kurzem haben sie die Rückseite gezeigt, dann haben sie noch das schwarze Modell gezeigt. Jetzt liess Pi, der aktuell mit ganz vielen Journalisten spricht und sie durch die Halbeuropa chauffieren lässt für ein halbstündiges Gespräch. Also nicht Pi, sondern ein anderer Mitgründer respektive Boss bei denen. Ja, die lassen immer mehr ein bisschen Details raus. Was ist jetzt neu mit rausgekommen? Der SoC, der Chip, auf dem das Smartphone läuft, ist ein 778 G Plus, also ein mittelklasses SoC für einen Snapdragon der siebten Generation. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Genau, ein Snapdragon 7 Generation 1 Prozessor. Das heisst, ein mittelklasses Smartphone, das heisst, ihr könnt damit sicherlich nicht die aufwendigsten Spiele drauf spielen. Aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt die Zielgruppe, die hier mit dem Smartphone angesprochen werden muss. Für die meisten Leute wird dieser Prozessor deutlich ausreichen. Er ist im 6-Nanomillimeter-Verfahren gebaut. Das heisst unter anderem, dass er auch Wireless-Charging-fähig ist. Das haben wir schon gesehen, aufgrund des offenen Designs hinten und so weiter und so fort. Das sind die bekannten Geschichten. Das schwarze Design ist noch aufgetaucht. Und es gibt ja ein Video, wo der MKB zeigt, wie das Ganze mit der LED funktioniert. Alles in allem sehr verspielt, sehr spannend. Wenn es um die 500 Währungseinheiten kosten soll, was in den Gerüchen so rumschwirrt, dann wird es auf jeden Fall den ein oder anderen Abnehmer finden. Und ich bin gespannt, ob Nothing Phone das Ganze auch aufrecht erhalten kann. Der ganze Hype darum. Weiter geht es mit der ZDF, aber auch mit der ARD Mediathek. Denn die unterstützen seit Neuestem beide Apple SharePlay. Für all diejenigen, die das nutzen möchten, natürlich eine sehr praktische Geschichte, um zusammen die Tagesschau. Und oder es gibt noch viele andere Formate, die man darauf anschauen kann. Nichts gegen die Tagesschau. Weiter geht es mit One Password und da gibt es gleich zwei Neuigkeiten. Zum einen könnt ihr hinterlegen, welches SSO-Dienst ihr nutzt beim Login. Das heisst, wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Dienst nutzt und euch da nicht mit einem Benutzernamen und einem Passwort anmeldet, sondern euch über Google, über Facebook, über Apple oder über was auch immer anmeldet, dann könnt ihr das da hinterlegen, so dass One Password beim nächsten Mal gleich weiss, mit was es sich einloggen muss und zack, ihr dann auch schon drin seid. Sehr praktisch für Leute, die solche Login-Funktionen nutzen. Meiner Meinung nach tut das nicht, denn es geht die ganzen nichts an. Gut, bei Apple wäre es was anderes, denn da, aber andere Geschichte. Genau. Wer es nutzt, sollte oder kann das jetzt neu hinterlegen. Es ist aktuell noch in der Beta-Version und im Browser, kommt aber sicherlich bald auch in die Apps. Weiter geht es mit einer weiteren, auch sehr praktischen Möglichkeit, nämlich ihr könnt in One Password Dateien und hinterlegte Dokumente neu jetzt teilen. Das funktioniert relativ einfach. Rechter Mausklick drauf, auf die jeweilige Datei oder das Teilen-Symbol nutzen, die E-Mail-Adresse hinterlegen und noch sagen, wie das Ganze genutzt werden kann. Und schwupp ist das ganze Web. Schwupp und weg ist auch Stadia. Nee, es ist immer noch da. Es gibt immer noch die Pro-Abonnenten, wie meine Rainer zum Beispiel. Und die machen, oder vielfach, also ich zumindest, mache darin vor allem eins, einmal im Monat öffnen und mir die ganzen Freispiele sichern, damit ich später mal, wenn ich irgendwann Zeit habe, auch ganz viel Auswahl habe. Neu finde ich sehr praktisch, gibt es da einen Button, alle runterladen. Da muss ich nicht mehr den Store aufrufen und alle einzeln raussuchen und antippen. Denn das hat mir vieles erleichtert, was in diesem Monat neu dabei ist. Unter anderem Worms. Und das genügt mir eigentlich auch schon. Das verleitet mich fast schon zum Spielen. Ich muss nur mal Zeit finden. Aber auf das freue ich mich. Das ist was von früher, was ich gern gespielt habe. Ich hoffe, es ist nicht dieses 3D-Worms, denn das gefällt mir weniger. Dann war ich diese Woche ja noch mit Huawei in Berlin. Da haben sie einiges an Hardware gezeigt, Smart-Office-Geschichten, unter anderem neue Matebooks. Der D-Serie, der S-Serie und auch vom ganz grossen. Das ganz grosse kommt leider nicht in die Schweiz. Die unteren sind sehr interessant. Zum einen vom Preis zum anderen von der Ausstattung und der Möglichkeit. Allesamt sauber und schön verarbeitet, wie man es halt von den Matebooks kennt. Schaut euch mal die einzelnen Specs an. Ich werde mal schauen, ob ich da auch das eine oder andere ein bisschen genauer austesten kann. Was ich auf jeden Fall schon weiss, was ich testen werde, ist das Huawei MateView SE. Ich habe ja im letzten Herbst das grosse Display von Huawei ausgiebige getestet. Ich nutze das super gerne zum Podcasten. Und jetzt kommt ein neuer, ein kleinerer, 23,8 Zoll Monitor mit Full-HD-Auflösung. Ja, ganz, also sehr schlicht gehalten, sehr einfach gehalten mit guten Features. Aber das Tolle daran ist der Preis, nämlich bei 160 oder je nachdem die grössere Version 180. Währungseinheiten seid ihr da mit dabei und habt dann einen einfachen Monitor, den ihr fürs Homeoffice nutzen könnt. Ich kann mir da vorstellen, eins, zwei oder drei von denen hier ins Büro zu stellen, um halt einfach ein bisschen zusätzliche Monitor-Lösungen zu haben. Was ich auch ganz spannend finde, der Monitor hat auch einen E-Book-Modus. Also zum Lesen von längeren Texten, natürlich sehr, sehr praktisch und wahrscheinlich auch stromtechnisch nicht die dümmste Idee. Und zu guter Letzt haben sie auch noch FreeBuds Pro 2 vorgestellt. Nach zwei Jahren haben die grossen In-Ear-Kopfhörer von Huawei ein Update erhalten. Sie sind geschrumpft, ja auch im Gewicht, aber auch physisch. Sie haben Active Noise Cancelling bekommen, was mit drei Mikrofonen umgesetzt ist und, und, und. Und dazu gibt es, ich werde es euch verlinken, ein Video dazu plus einen ersten Eindruck, denn die Kopfhörer habe ich schon seit knapp jetzt zwei Wochen und bin sie fleissig am Ausprobieren. Testbericht folgt dann in ein, zwei Monaten, wie gehabt, auf dem pokipsi.ch-Blog zum Nachlesen. Das war es zum heutigen Tag, respektive um die Woche noch abzurunden. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Start. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns bald wieder hier in diesem Kanal. In diesem Sinne, bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.